Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 22. März 2019 Denderas Blick in die Akasha Chronik Heute werden wir klare und wichtige Entscheidungen treffen und wir handeln mit Leichtigkeit, mit Begeisterung, mit Lebensfreude und haben die Kraft und die Mut, das in Tat umzusetzen. Und dann kommt das Ergebnis. Mehr Sicherheit, mehr Stabilität, auch in die Liebe Partnerschaft, aber auch beruflich, auch in die Finanzen. Ja, in die Liebe Partnerschaft kommt mehr Leichtigkeit, mehr Glück, auch mehr Stabilität. Und diejenigen, die alleine sind, begegnen zur Zeit, ihren großen Lieben vorausgesetzt ist. Sie sind dafür offen und sie glauben daran. Und das war mein Blick in die Akasha Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici Herzlich willkommen bei diesem Infovideo Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusanna-medici.com Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, das euch besser geht. Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist über Gefühle zum Sprechen, aber nicht nur Sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.